Hallo Freunde, ich bin Detlef Lause mein Name und ich möchte euch erzählen, wie wir Musiker von der Regierung, Verwertungsgesellschaft wie GEMA und GVL und den Öffentlich-Rechtlichen betrogen werden. Es geht mit Umverteilung, also erstmal so die Rahmenbedingungen, die GEMA nimmt eine Milliarde Euro im Jahr circa ein, über eine Milliarde, also über tausend Millionen, das ist eine wahnsinnig viel Geld. Sie vertritt Komponisten, Texter und Verlager, das ist eine Gewerkschaft, wo gleich der Boss mit drin sind, die Verlager. Und dann gibt es noch die GVL, die für Musiker ist und die ist so ähnlich, die GVL vertritt Musiker, Schauspieler und da sind die Labels drin. Und ja, die nehmen 300 Millionen circa ein im Jahr. Das Geld geht so, die Elite verteilt das an sich selber, das funktioniert durch Umverteilung, überall wo Musik gespielt wird. Kriegen das hauptsächlich die, die namentlich bekannt sind. Das sind die, die in den Öffentlichen, Rechtlichen. Also bei mir zum Beispiel, ich komme aus Gelsenkirchen, meine Lieder laufen schon seit 20 Jahren im Fußballstadion und auf vielen Veranstaltungen. Und da ist das dann zu teuer, um genau abzurechnen. Das ist der Trick, weil ja vom Gesetzgeber vorgeschrieben worden ist, dass man günstig arbeiten muss. Und weil das ja zu teuer ist, kriegen dann immer alles Geld. Diejenigen, die am meisten verdienen, die haben nämlich die Rechte. Nur die, die gut viel verdienen, dürfen mitbestimmen. Das sind die echten GEMA-Mitglieder, die ordentlichen GEMA-Mitglieder. Das ist eine 5%-Elite. Und 95% dürfen nicht mitentscheiden, wohin das Geld fließt. Und Heiko Maas hat mit dem VGG-Gesetz dafür gesorgt, 2016, dass nur die Mitglieder, also die ordentlichen, rechtlichen, die 5 Millionen, die 5% von den 77 Mitgliedern, Scheinmitgliedern, 77.000, dass nur diese 5% entscheiden können, wohin das Geld fließt. Die sind meistens bei den Öffentlich-Rechtlichen sitzen die, die Verlage, die dann auch drin sind in der GEMA. Und auch bei der GVL ist das nicht anders. Die Labels, das sind die, die hauptsächlich immer in den Öffentlichen-Rechtlichen gesendet werden. Und weil die namentlich bekannt werden und man die anderen Namen ja nicht kennt und verteilen muss, dann kriegen eben die das Geld. Und so, man kann nichts dagegen machen. Die GEMA und die Öffentlichen-Rechtlichen unterstützen das. Und natürlich auch unsere Regierung, unsere SPD, weil die SPD ist selber Verlag. Die SPD hat einen eigenen Verlag mit 130 Millionen Umsatz, ist auch Radiobesitzer. Wir haben hier Radio NRW und da ist auch die SPD Teilhaber von und auch die Öffentlichen-Rechtlichen sind da Teilhaber. Die nennen sich 100% von hier und spielen keinen einzigen Künstler hier. Also wir leben im Ruhrgebiet, gibt es 5 Millionen Menschen und die Leute im Ruhrgebiet können nicht mal drei bekannte Ruhrgebiets-Lieder aufsagen. Anders ist es natürlich in Köln. Köln ist der WDR und die Kölner können bestimmt so drei, die können nicht nur zehn, die können vielleicht sogar 50 oder 100 Kölner-Lieder aufsagen. Da funktioniert nämlich die Kulturarbeit, da werden die gesendet, die Kölner Jungs, die Komponisten-Texte und alles. Und da funktioniert die Kultur und die andere wird total vernachlässigt. Und so werden wir betrogen. Ihr werdet wahrscheinlich bei einer, über einer Milliarde Euro Komponisten wahrscheinlich keinen einzigen kennen, außer Ralf Siegel vielleicht noch, der davon leben könnte. Wie viele Arbeitsplätze könnten geschaffen werden, wie viele Leute, brotlose Kunst. Seit 2010 bei der GVL, die für Musiker ist, seit 2010 haben alle Musiker keinen Cent mehr gesehen, die nicht in den großen Radiosender gesendet werden. Das ist einfach traurig. Und ihr könnt sehen, die SPD ist Justiz und gleichzeitig die Überwachung, gleichzeitig ein Verlag und die sorgt dafür, dass sie selber ihre Taschen voll macht. So funktioniert Regierungsmafia. Böses Wort, aber für mich ist das schon sehr, ich fühle mich betrogen, ich fühle mich kriminell abgezockt. Und wenn man das schon sagt, ich bin schon seit ewigen Zeiten Verschwörungstheoretiker und habe mich natürlich für die Leute, werde ich natürlich nicht mehr gesendet oder komme überhaupt nicht mehr vor. Okay, ich wollte euch das mal aufhören, könnt ihr alles überprüfen und wie gesagt, bei der GEMA ist nur eine kleine Elite, ordentliche GEMA-Mitglieder, die anderen sind eigentlich gar keine Mitglieder. Bei der GVL bekommen seit 2010 nur die Musiker Gelder, die in den großen Radiosender laufen und keiner macht was. Leider sind die Musiker sehr feige und ängstlich, man soll es wirklich nicht glauben, aber es ist so, das habt ihr vielleicht selber schon festgestellt, Musiker sind ängstliche Menschen. Schade eigentlich. Deswegen kann das passieren, was passiert ist, dass man so betrogen wird von diesen Mächten. Macht mich schon sehr traurig.